Hallo meine lieben Freunde, Dienstag, Bomb-Defuse-Tag, ich begrüße euch und natürlich auch den Möller, der mir wieder eine nette Anleitung gibt, wie ich eine Bombe zu entschärfen habe. Okay, next, wir sind jetzt bei Sektion 3, Moderate, okay, 3-1, A Hidden Message, okay, wir haben 5 Minuten Zeit, 3 Module, 3 Strikes. Okay, ja, mal gucken, da kommen ja noch Module, das Textdokument, das macht einen fertig noch. So, okay, los geht's, ich habe hier eine Bombe mit nichts, okay, ich habe einen großen Button, wo Press draufsteht, einen weißen Button mit Press. Okay. Wie viele Batterien? Mehr als 2? 3, 4. Gut, dann drückst du drauf und sagst mir mal die Farbe. Blau. Lass den Knopf los, wenn eine 4 da ist. Okay. So, jetzt haben wir wieder Zahlen hier, ne? Yay. Mit dem Display. Dann sag mal. Okay, da steht eine 2. Drück den Knopf in der 2. Position. Ne 3. Drück den Knopf in der 1. Position. Hä? Jetzt ist es dunkel, du. Es ist dunkel. Was ist denn jetzt? Äh, 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 ne 3. Äh. Geht licht aus. Drück den Knopf in der 3. Position. Okay, ähm. Jetzt habe ich natürlich alles vergessen durch den Schreck. Äh, 1. Drück den selben Knopf, äh, ne, drück den Knopf in der gleichen Position wie in der Phase 1. Ja, da ist richtig. Äh, 3. Drück den selben Knopf mit der selben Beschriftung wie in Phase 4. Meister Kaio. Alter, jetzt, oh. Boah, jetzt tut noch dieser verfickte Wetter hier unten klingeln. Halt die Fresse. Alter. Ich kriege eine Macke. Jetzt habe ich alles vergessen. Ich glaube, das war hier. Ich drücke einfach mal den. War falsch. Scheiße. Mein Gott, ey. Okay, eine 4 steht im Display. Boah. Vierte Position. Boah, ha, ha, ha. Dreckspiel. Dreckspiel. 2. Selbe Posi wie, äh, wie, davor. Okay. Eine 4. Beschriftung 4 drücken. Okay, eine 1. gleiche position wie in phase 1 ok und jetzt steht da eine 1 selbe beschriftung wie in phase 1 doch doch das ist doch scheiße 1 zweite posi ja also 2 1 3 erste posi drücken 3 dritte posi das macht jetzt so viele dinge hier die scheiße dass ich jetzt gerade überhaupt sich immer wieder vergessen den anfang der scheiße gleiche position wie in phase 1 gedrückt hast jetzt steht da eine dieselbe beschriftung wie in phase 3 ich glaube wir haben das spiel wahnsinn wahnsinn oder hast du dir das gemerkt ich hatte in der ersten phase auf einmal geht der wecker an er legt mich voll ab scheiße du wirst dann schon noch sehen wenn du das hast du auf einmal aus schricks oder kack wecker angeht oder wenn das licht ausgeht so ok wir haben simon sess und zwar blinkert also wir haben ja wir haben ein vokal und es blinkt wir haben kein fehler ein vokal wir haben vokal und blau blinkt also vokal haben wir und das leuchtet blau rot blau rot blau ok blau rot gelb rot blau grün hammer ok jetzt haben wir doch großen button halt die fresse blauer button blauer button wo breast draufsteht ja drück mal drauf und sag mir mal den streifen blau wende 4 ok jetzt haben wir wieder was neues und zwar haben wir so ein display und da stehen einzelne buchstaben das ist ein grünes display da stehen einzelne buchstaben einfach grünes display du bist ja hier ja stimmt das ist ein display da stehen fünf buchstaben nebeneinander und da kann ich nach oben und unten kann ich die buchstaben denke ich mal hier verschieben und unten drunter steht ja 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 ok ok die knizze über und unter der buchstaben rotieren durch die möglichkeit für die position nur eine kopierende position dafür bei buchstaben wird eins der unteren passwörter ergehen drücken sie den sattelknopf sobald das korrekte wort eingestellt wurde gut geh mal geh mal erste spalte ja husch da mal schnell durch und sag mir die buchstaben ich e q u wie brüch mal durch drücken oder was ja einfach durch so t t t t t t t t also eins äh spalter eins einfach drücken und mir die buchstaben sagen i z v m b r i und na i gut geh mal in die zweite mach mal bei eins b und sag mir das zweite mal bei eins b bei eins machst du b e e und das letzte machst du mal ein w wenn es da ist ja ist da dann machst du jetzt noch ein l und ein o below heißt das und auf submit alles klar richtig wir haben sie entschärft wir haben sie entschärft und noch zwei mit uns seit puh wunderschön diffused liebe freunde diffused diffused naja okay dann war es das schon wieder puh ging ganz gut ich glaube auf eine bombe habe ich verkackt ne ja naja egal passiert dann würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns dann nächste woche dienstag wieder aber wir hören uns natürlich am donnerstag bei dem liebe saatschenmöller auf dem kanal denn dabei habe ich wieder das handbuch in der hand und ich hoffe dass ich diesmal alles in den kopf reinkriege wie es sein muss okay also dann tschüss tschau dann